Als Menschen tun wir alles in unserer Macht Stehende, um unseren Körper gegen das Risiko zu schützen, mit einem harten Untergrund in Berührung zu kommen. Mit dem richtigen Schutz beugen wir Schmerzen und Verletzungen während der Arbeit oder des Trainings vor. Bei einer Kuh ist dies nicht anders. Mit einem Körpergewicht von bis zu 800 Kilo sind sie zehnmal schwerer als ein Mensch. Wenn sich eine Kuh hinlegt, hat dies großen Einfluss auf ihre Knie. Das ist der Grund, warum ein komfortables Bett für die Gesundheit und die Leistung von Kühen unerlässlich ist. Nach Jahren der Entwicklung stellt Cowhouse International jetzt eine revolutionäre Matratze für Kühe vor, die Dutch Mountain. Diese Matratze übertrifft alle anderen, wenn es um Weichheit, Elastizität und Rutschfestigkeit geht, sodass sich die Kuh schmerzfrei hinlegen kann. Die Matratze folgt jeder Körperbewegung, sodass keine Kuh noch Druckpunkte fühlt und ihre Blutzirkulation optimal verläuft. Der Komfort der Dutch Mountain Matratze sorgt dafür, dass Kühe auf lange Sicht mehr Milch produzieren und Verletzungen schneller genesen. Der wasserdichte Bezug rund um den Schaumstoff dient als nachhaltiger Schutz und hält den Schaumstoff trocken. Die Dutch Mountain Matratze hat einen starken, elastischen und luftdurchlässigen äußeren Bezug. Auf diese Weise kann die Kuh ihre Körperwärme leichter regulieren. Die außergewöhnliche Stärke von 14 cm absteigend bis auf 10 cm macht die Matratze elastisch und gibt den perfekten Halt beim Aufstehen. Dies gewährleistet, dass die Dutch Mountain den ultimativen Komfort für die Kuh bietet. Besteige die Dutch Mountain und erlebe dieses wunderbare Gefühl. Kuhn 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 Kuhn